Akquise sanft und sicher, so geht's. Entdecken Sie eine völlig neue Dimension der Akquise. Eine Akquise, die auf verkaufspsychologisch aktuellen Daten basiert und die die üblichen Holzhammer-Methoden überflüssig macht. Vergessen Sie die üblichen Knüppel-E-Mails, mit denen Sie bei Ihrer Akquise potenzielle Kunden doch nur vergrauen, statt sie zu gewinnen. Natürlich sollten Sie auch weiterhin E-Mails und Telefaxe zwecks Akquise verschicken. Aber Sie sollten diese Instrumente zugleich sanfter und geschickter einsetzen als bisher. Denn nur dann werden Sie mit Ihrer Akquise Erfolg haben und Käufer gewinnen, die Ihnen Ihr Angebot freiwillig abkaufen und die sich von Ihrer Akquise nicht bedrängt fühlen. Mal angenommen, irgendein Abmannanwalt der Wettbewerbsverein hat Sie bereits unter Beschuss genommen. Beispielsweise, weil Sie bisher bei Ihrer Akquisation noch auf die üblichen, viel zu ruppigen Methoden setzen. Was tun? Nun auch in diesem Fall erweist sich ein Blick in diesen Ratgeber als überaus nützlich. Denn er gibt Ihnen jede Menge Tipps und Kniffe, wie Sie sich selbst in solch einem Akquise-GAU elegant und zuverlässig aus der Affäre ziehen können. Leider Gottes werden Sie auch in Zukunft nicht auf Kaltakquise verzichten können. Aber mit Hilfe dieses Buches werden Sie diese Form der Akquise dann sogar so gestalten können, dass sie von Ihren Zielgruppen nicht als Belästigung oder Schlimmeres eingestuft wird. Im Gegenteil. Mit den Strategien, die Ihnen Besucherströme clever steuern an die Hand gibt, werden Sie eine gigantische Anzahl von Leads und Käufern auf Ihre Webseite ziehen können. Und damit werden Sie den Grundstein legen für einen nachhaltigen, unternehmerischen Erfolg. Übrigens, die Abmahnensicherheit dieser neuen Akquise-Methode wurde von mir höchstpersönlich getestet. Ich habe sage und schreibe 22.000 deutsche Rechtsanwälte unaufgefordert per Fax kontaktiert und dabei diese sanfte Methode der Akquise angewandt. Wieder langläufiges Erwarten hatte ich diese Fax-Aussendung juristisch überlebt, ohne einen Cent zahlen zu müssen. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonne.de auf dem YouTube-Kanal unter diesem Video, den direkten Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Es überzeugen Sie als Frau von Volker, Er freuen uns Heute geht. Ach Fleet Key, und diese厚 Bebe luchadi ministry